Ja, wieder das Allerneueste von der Weltspitze der Wissenschaften, von den nextscientistsforfuture.de, dem Stachel im Fleisch all der Pseudowissenschaftler, die die ganze Welt besiedeln und all der Größenwahnsinnigen, die durch die Welt laufen und noch nie etwas gearbeitet haben, nicht jahrzehntelang in disziplinierter Arbeit gesamte Wissenschaften studiert haben, aber schon alles wissen und die Größten sind und schlauer sind als alle Professoren dieser Welt, besonders auch schlauer als die Besten der Welt. Und ja, da kommt man nicht gegen an, dass je dümmer die Menschen sind, desto größenwahnsinniger sind sich und desto überlegener fühlen sie sich all denen, die hart gearbeitet haben, um jetzt zu sagen, jetzt wir wissen, wie es ist und wie die Welt funktioniert. Ja, wir machen heute die Volksentscheid-Wahlprogramm-Nachlese. Ja, wir haben ja die Talkshow gehabt, jetzt am Dienstag wieder, wo ein Wir2020-Mitglied wieder uns ausgequetscht hat. Wir hören leider nichts mehr, wir hatten ja viele Talkshows mit Wir2020.de, da hören wir leider nichts mehr. Also ich fürchte, das ganze Ding ist tot, ist ja auch jetzt gar nicht existent bei der entscheidenden Wahl in Baden-Württemberg. Also gehen wir da mal von aus, Wir2020.de gibt es nicht, gibt es jedenfalls in Baden-Württemberg nicht, also gibt es dann auch mindestens bei dieser Bundestagswahl wahrscheinlich nicht, weil es die Anlaufzeit nicht mehr reicht, um wirklich einen großen Erfolg bei der Bundestagswahl erzielen zu können. Also müssen wir uns darauf konzentrieren und der Trend läuft hin zur Basis und da haben wir noch kein Mitglied, das sich bei uns, von uns beraten lässt und das in die Partei einbringt. Ja, da werden die Parteien auch wieder daran scheitern, dass sie eben wahrscheinlich, dass sie gedacht haben, sie seien schlauer als die Weltspitze der Wissenschaft und wüssten schon, wie das geht, ein überlegenes Wahlprogramm zu machen. So, dann schauen wir doch mal hier. Also liebe Herren und Damen, Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, mit den meisten habe ich ja, nee, ich habe noch nicht, also mit Herrn Dr. Köhnlein habe ich lang telefoniert, mit Eva Rosen, mit Rainer Füllmich haben wir zusammen eine Sendung gemacht, aber Bodo Schiffmann hatte ich noch nicht persönlich und bei Professor Bhakti hatte ich nur seine Frau längere Zeit am Apparat, aber viele andere noch. Also bitte noch einmal mein Hinweis, ich fürchte, sie schaffen es nicht. Das Wahlprogramm ist so schlecht, die Wahlprogramme sind so schlecht, weil eben auch zu viele Mitglieder aus bestimmten Sparten bei ihnen in der Partei Mitglied sind und die eben eine gewaltige Partei für die Parteien sind, weil die dann Lobbyismus für ihre Sparten betreiben und das Wahlprogramm in ein Lobbyistenprogramm umwandeln. Und genau das wollten wir doch nicht. Und deswegen, ja, ich werde einiges vorlesen aus dem Volksentscheid-Wahlprogramm, aber nur das Neueste. Ich zeige Ihnen das mal. Also Sie finden das, Sie gehen wie immer auf, wohin gehen Sie? Auf nextscientistsforfuture.de, dann klicken Sie irgendwo an Stellungnahme, dann haben Sie hier gleich die Links schön präsentiert und dann klickt man eben da drauf hier. Sie sehen hier diesen neuen Link. Volksentscheid-Wahlprogramme wie dieses sollten Standard werden. Für alle Altparteien, aber auch gerade für die Neuparteien, die ja erst noch eine große Volkspartei werden wollen. Das zeigt den Wählern dann, dass man es mehr ernst meint mit der Demokratisierung, und die Nextscientistsforfuture schlagen ja eine ganze Demokratisierungskette vor. Und von daher, und dann klickt man da eben drauf, und dann geht das hier auf, und dann sind Sie auf unserer alten Billig-Homepage sozusagen und haben das dann leider in schlechter Bildqualität. Aber Sie müssen sich halt entscheiden, ob Sie schöne Bildchen wollen und dabei gleichzeitig schwachsinnige Inhalte oder ob Sie intelligente Inhalte wollen und schlechte Bilder. Das müssen Sie sich entscheiden. Viele Menschen entscheiden sich ja für Ersteres. Aber so ist halt die Welt. Deswegen am Ende. Wir müssen damit leben können, dass es am Ende vielleicht so ist, dass sozusagen wir alle keine Chance hatten, weil die Dummheit der Menschen laut Albert Einstein ja sowieso unendlich ist. Jetzt muss ich das Ganze sogar ein bisschen kleiner machen, weil der Ausschnitt etwas zu klein ist. Dann gehen wir mal auf 110 hier von der Größe. Sie müssen sich das auch in der Größe so groß wie möglich einstellen, dass Sie es dann gut lesen können. Das jetzt ist 110, ist aber auch wieder ein bisschen klein. Und was ist da los? Ich bräuchte 115, bietet mir das aber hier nicht. Ich versuche es mal, ob es so geht. Na, schwierig. Ja, doch vielleicht so. So könnten Sie es ungefähr sehen. Ja, ich lese mal vor. Nach Beratung mehrerer Neuparteien mit dem Ziele neue große Volkspartei der Mitte links zwischen Grüne und SPD. Ein erstes optisch sichtbares Zwischenergebnis, nämlich dass alle Parteien in Zukunft alle Wahlprogramme immer in Form von Volksentscheid-Wahlprogrammen entscheiden sollten, um auch ein Zeichen für die neue Demokratisierung zu setzen, als erster Volksentscheid nach der Wahl. Also wenn wir gewählt werden, kriegen Sie danach auch gleich einen Volksentscheid, wo Ihnen diese hochqualitativen Reformalternativen zur Verfügung stehen, wobei ich natürlich, ehrlich gesagt, mit hochqualitativ natürlich nur den Vorschlag der Next Scientists for Future finde, den Sie übrigens per Zufall jetzt hier immer links finden. Das würde natürlich dann auch eher zufalls gemixt werden, aber im Prinzip finden Sie jetzt immer links den Vorschlag, wie er ungefähr von den Next Scientists for Future stammt, denn der ist ja nicht von uns verfasst worden, sondern eben da haben auch eben zum Beispiel das Mitglied von Wir 2020 dran mitgeschrieben. Also ist das so ein Mix, mit dem wir aber irgendwie halbwegs leben können. Nach einer grundsätzlichen Öffnung für alle parteiinternen und externen Experten werden die Reformvorschläge der Experten so dargestellt. Muster, Beispiel. Das ist also wirklich nur ein optisches Muster, dass man jetzt auch zum Beispiel die erste Seite kann man auch gar nicht lesen, das braucht man auch gar nicht. Was vergessen wurde, ist hier, dass hier doch das ja natürlich auch Referate über Experten, zum Beispiel Professor Sinn und die Gemeinwohlökonomie, haben wir ja nur in Form von sozusagen hier zum Beispiel Christian Felber, Gemeinwohlökonomie und das, was Professor Sinn und der Nobelpreisträger Professor William Nordhaus gebracht haben, das gibt es halt nur als Referate in dem Programm, aber das zeigt eben, ja, man kann Experten einbringen über Referate in die Partei einbringen und man kann die externen Experten in die parteiinternen Talkshows, Talkformate einladen und man hat ja seine eigenen parteiinternen Experten und daraus muss man eben solche Volksentscheide machen und dann zeigt man, dass man es im Ernst meint, mit echter Basisdemokratie und überhaupt mit echter Demokratie und was die Parteien bis jetzt geleistet haben, ist eher so eine Art Lobbyistendiktatur und genau das wollten wir doch beenden. Wir wollten doch die Konzerne und Lobbyistendiktatur ein für allemal verlassen und jetzt haben wir zwar keine Konzerndiktatur, denn die Konzerne haben keinen großen Einfluss auf die Wahlprogramme der Parteien, aber eben jetzt sind es Lobbyisten bestimmter professioneller Sparten, zum Beispiel der Pädagogik-Sparte und der Sozialsparten und der NGO-Sparten, die also der sogenannten Spenden-Sammel-Erbettlungssparten, die haben einen viel zu großen Einfluss in diesen Programmen, sodass man sagen kann, Thema verfehlt, Lobbyismus nicht beendet. Ja, hier heißt es da oben Erster Volksentscheid. Sie können es natürlich, Sie brauchen es nicht lesen zu können, das ist jetzt nur ein Bild erst mal das Erste. Lesen können wir es erst ab dem zweiten Bild. Ja, also, von daher, ich zeige das mal ganz hier, Sie sehen jetzt auch die rechte Seite, Sie sehen es, das ist das, wie es zum Beispiel sein könnte. Fünf, drei oder fünf oder sieben Vorschläge, verschiedene Vorschläge und Sie haben dann die Wahl im Volksentscheid, liebe Wählerinnen. Und wenn die Parteien es wirklich mit Demokratisierung ernst nehmen würden, dann würden sie genau das machen hier und daran weiterarbeiten, das perfektionieren, weitere Experten dazunehmen. Und wobei es nicht darum geht, alle Experten dazuzunehmen, sondern nur wirklich alle sich wesentlich unterscheidenden Reformkonzepte zur Wahl zu stellen. Ja, es hat ja keinen Sinn, etwas, was zum Beispiel der Vorschlag von den Next Scientists sowieso beinhaltet, dann nochmal aufzulisten. Das ist ja dann keine Alternative. Wichtig ist es nur, wenn sozusagen ein bestimmter Teil von Next Scientists for Future zwar übernommen wird, aber dafür die anderen Teile abgelehnt werden, dann kann man das wieder auflisten, weil es ist ja dann eine Alternative. Alternative, ja. Und so muss man eben vorgehen, dass man wirklich alle Alternativen aufzeigt. Also ich zeige es nochmal hier. Jetzt sehen Sie immer alle, können Sie alle fünf Vorschläge sehen, sozusagen. Ja, und Sie können das auf der Homepage nachlesen. Ich habe Ihnen ja eben gezeigt, wie Sie da hinkommen. Ich mache es aber jetzt mal so, dass Sie vielleicht das jetzt lesen können. Ich mache es mal so langsam, ich versuche es mal noch mehr in die Mitte zu rücken, dass Sie es vielleicht dann auch am Bildschirm schon lesen können. Sie müssen immer nur auf Stop drücken zwischendurch. Und wenn Sie auf Stop drücken, dann haben Sie, ich glaube, so kann man es noch sehen. Ja, ich glaube sogar noch ein bisschen, ich kann noch ein bisschen rüber. Ja, bist du blöd. So, jetzt können Sie sogar schon zu viel sehen. Ich glaube, jetzt können Sie wirklich alles lesen. Und dann fahre ich es mal langsam runter. Und dann können Sie immer nur auf Stop drücken, dann können Sie alles lesen. Sie müssen nur das Video immer zwischendurch auf Stop drehen. Und da ist vieles Neues dazugekommen, was Sie unbedingt lesen sollten. Vieles Neue ergänzt worden. Und ich lese nur das Wichtigste vor, weil wir das, glaube ich, noch in keiner einzigen Sendung überhaupt angesprochen haben. So, das Matriarchale, wofür über die meisten Leute ja gar nichts wissen, sozusagen. So, das können Sie entweder am Bildschirm, indem Sie Stop drücken, lesen. Oder hier müssen Sie gucken. Das sind hier Vorschläge 1 bis 3. Und da können Sie lesen 4 und 5 noch. Christian Fellber, Gemeinwohlökonomie, in aller Kürze. Das ist aber auch wirklich alles nur ein Muster. Ist doch eine ganze Menge hier. So, und jetzt sind wir bei den Matriarchalen, glaube ich. Ne, jetzt geht es hier noch hier. Das zum Beispiel hier ist Hans-Werner Sinn. Ach so, Hans-Werner Sinn, Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste Volkswirtschaftler Deutschlands. Der Besten sind natürlich die Next Scientist. Und das sollten Sie mal lesen. Warum er zu dem Schluss kommt, hier deshalb Abschaffung des Mindestlohnes. Weil es eben auch nur ein Instrument der Sozialsparten ist, um wieder eine ständig wachsende Armee von Arbeitslosen zu schaffen, die man dann gewinnbringend verwalten kann, indem man also quasi dann auf Kosten der Gesellschaft eigene Karriere machen kann. Weil es, wenn es immer mehr Arbeitslose gibt, gibt es immer mehr Sozialfälle und alle Sozialspartler und alle Arbeitsamtmitarbeiter können größere Karrieren machen und höhere Einkommen bekommen und so weiter. Und dann hier der Club der Willigen, Nobelpreisträger William Nordhaus. Das wissen wir auch über Professor Hans-Werner Sinn, weltweiten Luftschadstoffemissionshandel zu etablieren. Wobei das von uns ist, das auszuweiten auf alle Emissionen. Diese Idee ist von uns, die ist nicht von Nordhaus. Aber das steht hier nicht so genau. Aber lesen Sie das ruhig alles gründlich. Lassen Sie sich inspirieren, wie Politik der Zukunft aussehen könnte. Und jetzt lesen wir mal vor. Matriarchatsforschung haben wir ja nächste, übernächste am 22.02. in der Talkshow. Matriarchatsforschung und am 1.03. in der Talkshow. So, melden Sie sich, rufen Sie an, wenn Sie mittalken wollen. Ja, ich lese mal vor. Matriarchales Kommunenleben wird bevorzugt. Ja, das ist so ein Satz, der ist uns durchgerutscht. Das hat das Parteimitglied hier geschrieben von Wir2020. Wir würden das nicht unterschreiben, sondern von uns ist eigentlich erst der nächste Satz. Die naturwissenschaftliche Denkmöglichkeit, dass die glücklichste Lebensform urmatriarchales, pazifistisches, Bonobo-Schenker-Kommunenleben sein könnte, statt eines Lebens als unglücklicher, müsste es heißen, einsamer, kaufsüchtiger, konsumsüchtiger, shoppingsüchtiger Single, darf nicht mehr unterdrückt werden, sondern muss offen diskutiert werden, bezüglich der paleobiologischen bzw. paleoanthropologischen Hinweise für eine entsprechende menschliche Genetik. Und wir haben ja diese zwei Hinweise. Den Verlust der Eckzähne als Anzeiger für den Verlust von Rivalenkampf und Eifersucht in der menschlichen Evolution, also der genetischen Eifersucht. Ich rede nicht von der anerzogenen, kapitalistisch andressierten Eifersucht, sondern von der genetischen Eifersucht sozusagen. Und die antrainierte kapitalistische Eifersucht könnte sich auch wieder verlieren, wenn wir eben den Kapitalismus verlassen zugunsten einer gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung à la Next Scientist for Future. Und das Zweite ist ja der Geschlechterdimorphismus, das nämlich vor zwei Millionen Jahren, wobei man da als Argument natürlich bringen könnte, naja, der Geschlechterdimorphismus ist kein eindeutiger Hinweis auf das Verschwinden von Rivalenkampf und Eifersucht, weil das könnte ja an den Waffen liegen, an der Waffentechnik liegen. Weil da waren schon die Waffen oder die ersten Steinhämmer und Steinmesser waren zu dieser Zeit schon 500.000 Jahre alt, also schon eine halbe Million Jahre alt. Also ist der Geschlechterdimorphismus nicht ein so eindeutiger Anzeiger für die Änderung des Sozialsystems der Menschheit, des genetischen Sozialsystems, nicht des kapitalistisch andressierten Sozialsystems. Das müssen wir immer gründlich voneinander unterscheiden. Mimetische Systeme und genetische Systeme. Ja, und dann geht es hier weiter im Text. Hausarzt-Ersatz-Teams dürfen Experimente in diese, also matriarchale Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften, vorschlagen als Mittel zur Verbesserung von Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlfühlen ihrer Kunden. Medizin, Impfindustrie, Pharma-Test, Maskenindustrie und so weiter wollen uns einreden, dass sie unser Heil sind. Naja gut, der Satz ist auch wieder nicht von uns, aber damit können wir gerade so leben. Aber wie ist es wirklich? Früher war nicht alles schlechter, sondern umgekehrt. Heute geht es uns schlechter. Die Einsamkeit nimmt zu mit allen schrecklichen Folgen. Heute herrscht ein grausamer patriarchaler Raubtierkapitalismus. Vor 100.000 Jahren ging es uns mit der matriarchalen Lebensweise wesentlich besser und vor 400.000 Jahren noch viel besser mit der urmatriarchalen Lebensweise, bei der die Töchter die Kommunen verließen und sich in die umliegenden Kommunen einliebten. So wie es übrigens auch die Bonobos heute noch machen. Und jetzt versucht das Mitglied von WIR 2020 den Vorschlag der Matriarchalsforschung zusammenzufassen. Da lese ich jetzt auch mal vor hier. Vor 100.000 Jahren ging es uns mit der matriarchalen Lebensweise wesentlich besser. Alle blieben in den Clans, Kommunen der Mütter, also alle. Die Männer halfen als Mütterbrüder oder Mutterbrüder mit bei den Kindern als gute Onkels, im Gegensatz zu den bösen Onkels. Und die Männer praktizierten die Besuchsehe mit Frauen der umliegenden Kommunen. Und Matriarchalsforschung kann uns helfen zu verstehen, dass wir zurück müssen zu matriarchalen Strukturen in unserer Gesellschaft beziehungsweise in unserem Sozial- und Liebesleben. Denn warum musste das unterdrückt werden? Warum musste jetzt memetisch hier das Matriarchale zerstört werden und das Urmatriarchale? Weil das Urmatriarchale ist so voll eines prall erfüllten Sexuallebens und Liebeslebens und ist so voll von Liebesglück, während unser kapitalistisches Liebesglück voll ist von Dramen à la Romeo und Julia und Tod und Eifersucht und Mord und Totschlag. Also ein dramatisches, unglückliches, leidvolles Geschehen und urmatriarchale Art ist die Leichtigkeit des Seins. Liebe überall, Liebe satt und niemand hat Liebeskummer, niemand hat Liebesmangel und keine Dramen, keine Eifersucht, nichts, gar nichts. Und hier, mir fällt gerade wieder der Filmbericht von dem Volk der Mosow oder Mosow hinter China ein. Da besuchen also in der Besuchsehe 70 Männer übers Jahr verteilt, 70 Frauen der umliegenden Kommunen nun haben mit denen Sex. Und eifersüchtige Gedanken sind für diese Menschen einfach nur lächerliche Gedankeninhalte. Aber jetzt kam dann der erste Fernseher ins Dorf und jetzt fangen die Kinder an, plötzlich eifersüchtig zu argumentieren und zu reden und zu denken und so weiter. Und da sieht man, wie die patriarchalkapitalistische, raubtierkapitalistische Gehirnwäsche vorabläuft über den Fernseher. Und ja, gut. Wie weit jetzt das gelungen ist, das kann ja jeder nachprüfen. Die Talkshow kommt ja dann am 22.02. und 1.03. Da kann ja dann die wichtigste Matriarchalsforscherin aus erster Hand sagen, wie sie das Matriarchale sieht. Und wir haben ja unsere Sichtweise. Wir sagen, das Urmatriarchale war noch glücklicher als das Matriarchale. Und wir sind halt in der Matriarchalsforschung einfach nochmal in der Zeit noch weiter zurückgegangen. Noch lange, lange Zeit weiter zurückgegangen. Ja, soviel also jetzt aus dieser Homepage. Sie können ja, wie gesagt, das alles am Bildschirm oder ihr könnt den Links folgen. Da war es, hier war der Link, da klickte man drauf und dann kam man da hin. Ja, und dann haben wir, ja, gehen wir wieder zurück dahin. Und dann gucken wir mal, was wir an Kurznachrichten haben. Ach so, hier habe ich, glaube ich, vergessen, hier unten an dem rundlichen Ding bei unseren Sendungen. Generell, wenn Sie Internetfernsehen schauen, immer die Geschwindigkeit. Wir schauen nichts unter 1,5-Bacher-Geschwindigkeit. Also zwischen 1,5 und 2, diese Geschwindigkeiten, damit schauen wir alle Sendungen, weil es sonst zu langsam ist. Kein Mensch kann so schnell reden, zumindest wie wir das gerne hören. Wir hören es gerne schnell, weil wir können schneller denken, als wir reden können. Denn immer, wenn wir schneller reden, vergessen wir auch einzelne Worte, weil wir dann eben nur noch schnell, schnell reden. Also drehen Sie es schneller, dann haben Sie es schneller und wir können dabei bleiben, langsam zu reden, womit wir etwas weniger Sprechfehler machen, wobei ganz ohne Sprechfehler kann es wohl keiner. Ja, dann schauen wir doch mal die Kurznachrichten an. Schluck Wasser. Ja, die vorteilbringenden Irrtümer der anthroposophischen Pädagogik-Sparten, die haben zum Beispiel das Wahlprogramm bei WIR 2020 völlig zerstört in ein Lobbyistenprogramm verwandelt. Das ist purer Lobbyismus, der Vorteile und Narrenfreiheit für Pädagogen bringen soll und kann sozusagen nicht bewusst. Das ist ja den Leuten, das ist ja den Vertretern ihrer Sparten, also den Pädagogik-Sparten, ist es ja nicht bewusst, dass sie gerne leistungslose Einkommen auf Kosten der Bevölkerung beziehen möchten. Also jede Leistungsmessung von Lehrern scheuen, wie der Teufel das Weihwasser. Das ist Ihnen ja nicht bewusst, dass das eine Form des Parasitismus gegenüber der Gesellschaft ist, aber wir decken es ja auf und deswegen ist es ja auch wichtig, dass keine Partei, sie kann mit vielen Experten arbeiten, aber keine Partei sollte jemals ohne die NextScientistForFuture.de, die Weltspitze der Wissenschaften, jemals ein Wahlprogramm veröffentlichen. Aber wie gesagt, wer hört schon auf uns, alle hören sie auf Pseudowissenschaftler und die anderen sind so größenwahnsinnig, dass sie auf gar niemanden hören, weil sie ja eh die Größten sind. So, ja, und dann haben die Pädagogik-Sparten, bringen natürlich auch noch sowas in die Welt ein, wie alle Arbeitenden müssen von uns unterrichtet sein und müssen bei uns irgendein Examen haben oder so. Ja, das ist auch wieder, ja, ist doch klar, denn sozusagen den Pädagogik-Sparten ist es tatsächlich ja gelungen, unsere Gesellschaft so umzubauen, dass nicht mehr zählt, ob was jemand kann, sondern was jemand für einen Schein von den Pädagogik-Sparten hat. Nur noch das zählt. Und das ist die Verkehrung der Welt. Im Krankenhaus, da sollten dann die Patienten an jedem Bett die Möglichkeit haben, immer ihre Wohlfühlstimmen abgeben zu dürfen. Man muss es also, im Krankenhaus muss es also an jedem Bett für die Patienten, so vielleicht auf so einem Rollständer, immer die Möglichkeit geben, kurz das Wohlfühlstimmengerät, den Kontakt zum Bundeswahlleiter quasi, ihre Karte einführen zu können oder dranhalten zu können und dann ihre veränderte Wohlfühlstimme abgeben zu können. Und am Ende bedankt sich dann immer der Bundeswahlleiter für diese und teilt mit. Vorher hatten sie, was weiß ich, die vier Plus und jetzt geben sie die vier ab, weil so, wie die Ärzte sie behandeln, geht es ihnen im Moment schlecht. Ja, dann haben wir die vorteilbringenden Irrtümer der Spaten. Ja, das ist dann purer Lobbyismus. Und genau das ist der Partei, die Basis passiert und der Partei, wir 2020. Man wollte den Lobbyismus endgültig überwinden und hat ihn jetzt in den Parteien schon wieder, und der steht jetzt in den Wahlprogrammen. Dumm gelaufen, ne? Ja, aber das kommt halt... Ja... Das Runterknüppeln der Kindersterblichkeit hat Ulrike Herrmann von der Taz und von den Grünen angesprochen. Das Runterknüppeln der Kindersterblichkeit war wahrscheinlich kein Segen für uns. Das hat zwar die theoretische Langlebigkeit erhöht, aber wir sollten eigentlich so etwas wie Lebenserwartung eigentlich grundsätzlich messen, so frühestens ab dem, sagen wir mal, ab dem zwölften Lebensjahr. Kinder, die vor dem zwölften Lebensjahr sterben, sind eigentlich nur ein Experiment, ein genetisches Experiment, das gar nicht fürs Leben bestimmt war. Und das sollten wir lernen, wieder so zu akzeptieren, wie das jedes Naturvolk akzeptiert, dass es ganz normal ist, Kinder sind Experimente der Natur. Und erst wenn sie zwölf Jahre alt sind, dann ab da sollte man dann gucken, jemand, der jetzt zwölf Jahre alt ist, wie viel Lebenserwartung hat der noch? Und nur das sollten wir zählen. Denn die Kindersterblichkeit zu reduzieren, ist ja identisch damit, dass man auch für eine Anhäufung der Gendefekte sorgt. Und das Runterknüppeln der Kindersterblichkeit beruht ja auf den vorteilbringenden Irrtümern der Medizinindustrie, die natürlich mehr Geld verdienen kann, wenn es immer mehr den genetisch defekten Kinder gibt. Denn wenn man die Kindersterblichkeit künstlich runterknüppelt und damit das natürliche Sterben der Kinder, die genetische Defekte haben, verhindert, dann häufen sich in der Bevölkerung diese genetischen Defekte systematisch an. Und die Medizinindustrie kann sehr gut verdienen in der Betreuung dieser genetisch defekten Massen, sozusagen, ja. Und da sieht man, wie gefährlich diese ganzen Spaten sind und wie gefährlich dieser bösartige Raubtierkapitalismus ist. Der führt automatisch sogar zur genetischen Degeneration, nicht nur der Gehirngrößendegeneration der Menschheit, genetisch und toxisch bedingt, sondern auch genetisch zur vollständigen Degeneration des gesamten Genbestandes der Menschheit. Auch dazu leistet der Kapitalismus einen Riesenbeitrag, ja. Und das sollte uns das, spätestens wenn man das versteht, sollte man doch endlich den Wunsch haben, das endlich zu beenden und unser gemeinwohlorientiertes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem endlich zu diskutieren erst einmal. Alle Spaten haben immer auch eine Tendenz, sich in die Wahlprogramme aller Parteien reinzudrängen. Die vorteilbringenden Irrtümer der Spaten stehen immer gegen die Wahrheiten der Next Scientists for Future. Denn genau das ist unser Job gewesen, 50, über 50 Jahre lang, zu verstehen die vorteilbringenden Irrtümer der Spaten und ihren negativen Einfluss auf die Parteiprogramme der Politik. Professor Hans-Werner Sinn hat ja auch erzählt, dass die SPD hatte ab Willy Brandt ja den Bogen überspannt und Tariflöhne zu sehr ansteigen lassen, hat es zugelassen, dass die immer weiter stiegen, was dann zu Abwanderungsbewegungen führte. Und ich werde auch gleich schildern, ein Beispiel, dass das alles ja wirklich volle Realität ist mit dieser Abwanderung. Denn damals, man kann jetzt dann sagen, die Zahlen, dass dann die Massenarbeitslosigkeit stieg, ja, vielleicht lag das gar nicht an Abwanderung der Fähigsten und der Unternehmer aus Deutschland und so weiter. Und das erzeugte dann aber, wie gesagt, diese Tariflöhne erzeugten eben die Einzigen, die was davon hatten, waren die Sozialspartler, weil es dann eben wieder viele verwahrlosende Massenarbeitslose gab, die dann wieder die Sozialspartler betreuen konnten, gewinnbringend. Ja, und dann erkannte der Bundeskanzler Schröder, sozial ist was Arbeit schafft. Und er senkte dann die Verwöhnung. Besser wäre gewesen, von der Reihenfolge her, erst mal das Nicht-Helfen der Arbeitsamtmitarbeiter zu beenden. Also, wie gesagt, diese, ja, es sind ja eigentlich drei Zacken der Bange, drei Backen der Zange, nicht drei Zacken der Bange, sondern drei Backen der Zange. Die Zange besteht eigentlich aus drei Köpfen, mit denen man die festhält, wie so eine Greifhand, müssen wir sich vielleicht vorstellen, wie so eine dreifingrige Gleichgreifhand, wo der Arbeitslose von drei Seiten gegriffen wird, in die Zange genommen wird und festgehalten wird in der Dauerarbeits- oder in der Langzeitarbeitslosigkeit. Und zwar die eine, die eine Backe heißt Mindestlohn, Tariflöhne, Gewerkschaften. Das lässt ihn nicht arbeiten, weil er jemand, der ein Euro weniger wert ist in der Stunde als der Tariflohn ist, der kann vom Unternehmer nicht beschäftigt werden, also wird er der Langzeitarbeitslosigkeit überlassen. Ja, also wir haben die eine, ah, der eine, die eine der drei Backen, die eine der drei Backen der Zange ist also, der räumlichen Zange ist also, sind also Mindestlohn, Tariflöhne und Gewerkschaften. Alles drei gehört sofort, eingespart und abgeschafft. Und die zweite Backen der Zange ist das Nicht-Helfen der Arbeitsamtmitarbeiter und der Sozialberufler, die natürlich gar kein Interesse haben, keine Gewinnmöglichkeit haben, wenn sie einen Kunden verlieren. Ja, also müssen wir dort positive Anreize setzen, überall positive Anreize setzen, damit eben dann die Sozialberufler und die Arbeitsamtmitarbeiter eine, eine Interesse entwickeln an dem Verlieren ihrer Kunden, weil sie dann mehr Geld dafür kriegen. Ja, und dann hat jemand geschildert, und das war dann ganz aufschlussreich, er hat so nochmal daran erinnert, dass die DDR ja nicht, nicht dumm war. Die Mauer musste sein, das war ja keine Dummheit, die musste sein. Denn wenn zum Beispiel jetzt, geht gar nicht jetzt, also wenn man mal den Arzt als Unternehmer sieht, auch von seinen Arbeitsplätzen her, aber, denn dann sieht der Arzt, in der DDR war ja Vorschrift, dass der Arzt ein genauso kleines Gehalt bekommen musste, also einen genauso kleinen Unternehmerlohn, wenn er selbst, wenn er eine Praxis hatte oder so, aber im Prinzip genauso wenig Geld bekommen sollte, wie der Handwerker, trotz mehr Studienarbeit und Lernarbeit, die er aufzubringen hatte. Jetzt hat natürlich der Arzt gesehen, wenn ich es schaffe, aus der DDR zu flüchten und irgendwie noch über die Grenze komme, dann kann ich dort viel mehr Geld verdienen und kann also auch viel mehr Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Und dann sind natürlich die ganzen Ärzte aus der DDR abgewandert, dadurch entstand schon mal Arbeitslosigkeit, weil all die, wie sagt man, die Arzthelferinnen dann ihre Jobs erst mal verloren haben. und die haben dann im Westen ihre Praxis aufgemacht und dort entstanden neue Arbeitsplätze für Arzthelferinnen zum Beispiel und weiteres Personal, medizinisch-technische Assistenten und was es da alles sonst noch gab. Ja, und das zeigt also, deswegen musste die Mauer sein, denn man kann solch ein unsinniges System, eine solche kranke Form der Planwirtschaft, also pathologische Planwirtschaft sozusagen, unvernünftige Planwirtschaft, eben nur durchziehen, wenn man dann eine Mauer baut. Und genauso ist es so, dieses Hochziehen der Tariflöhne ab der Ära Bundeskanzler Willy Brandt, das hätte man nur machen können, wenn man dann auch eine Mauer um Westdeutschland gezogen hätte. Dann hätten nämlich die Unternehmer nicht abwandern können und dann wären die Arbeitsplätze nicht so schnell verloren gegangen. Die wären dann erst nach und nach verloren gegangen, weil dann Deutschland eben genauso abgewirtschaftet hätte wie die DDR. Ja, Das war also nochmal aufschlussreich. Die Mauer war keine Dummheit. Wenn man ein falsches System bauen will, dann braucht man halt eine Mauer und das hätte man dann damals, als man die Tariflöhne hochziehen wollte, hätte man vorher eine Mauer bauen müssen. Nur das hat man nicht getan, also sind die Unternehmer abgewandert und haben ihre Produktion, haben die Fabriken im Ausland aufgebaut, weil sie dort günstigere Lohnbedingungen hatten und schon entstand ein Riesenheer, ein Millionenheer an zusätzlichen Arbeitslosen. Und Kanzler Schröder hat dann also von den drei Backen der Zange nur die Verwöhnung, den dritten Teil, die Verwöhnung reduziert. Er hat die Arbeitslosenhilfe als besondere Verwöhnung weggestrichen und dadurch kamen dann etwa ein bis zwei Millionen Menschen in Arbeit und kamen so wieder raus aus dem Zugriff dieser Zange, die aus diesen drei Backen besteht. Erste Backen, erste Backe, erster Greiffinger, Mindestlohn, Tariflohn, Gewerkschaften, zweiter Greiffinger, Verwöhnung, soziale Hängematte, aus der man sich dann nur ungern löst und dritter Festhaltefinger, nicht helfen der Arbeitsamtmitarbeiter und Sozialspartler, die quasi ja immer einen Kunden verlieren würden, wenn sie wirklich effektiv helfen würden und die deswegen die Arbeitslosen im Wesentlichen einfach alleine lassen mit ihrer Arbeitslosigkeit. Ja. Das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Jetzt zeige ich Ihnen noch den Ausstieg aus der Talkshow. Jetzt geht man wieder hier hin. Ich beende die Präsentation. Jetzt würden Sie wieder alle Leute im Bilde sehen. Hallo, winke, winke in der Talkshow. Und dann geht man hier drauf und klingt sich wieder raus aus allem. Und dann kann man die heutige wissenschaftliche Tagesschau beenden. Tschüssi, bis bald. Und dann geht man hier drauf. Untertitelung. BR 2018